Unten rennt er jetzt rum. Jetzt ist er rechts vom Hausgleich. Dem ersten hier? Ganz, das hinterste Haus. Ich sehe leider nur eins hier. Das Haus vor dem weißen Container. Der hat auf jeden Fall gefressen. Der wird sich jetzt gerade heilen. Und da sind halt zwei. Also wo der andere ist, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht hat er den einen getötet. Okay, wir wissen von vier Leuten auf dieser Seite der Map. Ich habe ihn gesehen. Hinterm Haus war er eben. Von hier aus noch nicht drauf schießen. Mal gucken, ob er sich bewegt. Ja, er war nur kurz nach rechts gelaufen und dann habe ich ihn aber wieder nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht links rauskommt dann. Oder ob er irgendwie in dem Ding drin ist und irgendwas im Fenster angucken kann. Ich kann gerade nicht mehr anvisieren. Erstmal aufladen. Der ist noch in der Scheune drin. Der ist noch in der Scheune drin. Sicher? Ja, ja, der hat da drin gesteppt. Okay. Okay, er kann ja von zu deiner Seite nicht rausgehen. Nee. Ich leg mich hier mal hin. Oder nee, ich hocke mich lieber hin. Da liegt eine Leiche. Ich habe geschossen. Jetzt eine Granate wäre hilfreich. Weiß halt nicht, ob er oben irgendwo in der Ecke sitzt. Ja, davon gehe ich aus. Oder unten. Oh, der ist, glaube ich, unten bei mir an der Tür. Okay. Ich habe gerade ein bisschen geschossen. Achso, dann kann das auch dein Querschläger gewesen sein. Achso. Ja, ich habe geschossen, weil da oben was Grünes durch die eine Holz durchguckt. Ich dachte, vielleicht ist er das, aber... Da hast du dich nicht bewegt, als ich drauf geschossen habe. Wahrscheinlich nicht. Komm her, buddy. Sagt er was? Nee. Ich weiß, du bist da drin. Ich schieße nochmal. Ja. Du hast ihn getroffen. Ich höre es. Er ist tot. Und da ist noch einer. Da ist noch einer. Wo? Auf der linken Seite oben. Von dir aus gesehen. Jetzt rennt er runter. Ich muss nachladen und ich kann nicht mehr anvisieren gerade. Er ist jetzt unten. Bist du unten? Bist du unten drin? Nein. Nein, das ist ja. Er ist tot. Okay, nice. Boah, hab einen Fight, ey. Wollen wir sie holen? Ja, ich bin dran. Ich habe einfach nur oben auf die Holzdinger geballt, ne? Ja, haben wir gut gemacht. Das war perfektes Teamwork. Er hat eine SKS, ein Headset, ein Helm, noch ein Headset, Spratz, Aquamari, Toolstick. Ist er den oberen oder den unteren, der jetzt angeguckt? Ich habe den unten, der draußen ist. Okay. Guck ich mir mal den oben an. Ich komme mal rein in die Hütte. Ja, er lag hier oben. Krass, dass ich ihn da überhaupt getroffen habe, ey. Ja, das war richtig. Das hat die so unter Druck gesetzt. Ah, Level 9 aber auch nur. Ja, meiner war Level 16 tatsächlich. Hier ist noch einer. Vielleicht war das doch der hier. Hat eine MP5. Ich muss halt sogar eine MP5 finden und abgeben. Also jetzt muss ich wirklich rauskommen hier. Kann sogar Skeff sein, der hat einen Duffel dabei. Also die hatten... Meiner hatten beide... Doch, also meine waren PNCs. Oh, die haben auch noch einen anderen Level 15er gekillt. Hier ist noch eine Schüssel dabei, falls ihr die mitnehmen willst. Äh, ne, 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 ne. Ich habe gutes Zeug gefunden.